so sind wir wieder zurück wir gemerkt habt sind wir gestorben in diesem dungeon hier also habe ich mal eben noch mal kurz die zwei restlichen räume gekriert und habe tatsächlich in einem loch 2600 sennys gefunden und außerdem ein baster part und zwar ein rapid fire baster part werden wir dann im nächsten dungeon sehen wie genau sich das äußert und ja den typen haben wir ja befreit also gehe ich mal zurück zum junk shop zu seiner frau hier drin und mir hat jemand geschrieben dass ich doch ruhig mal in die mülleimer reingucken soll und das mache ich natürlich okay die idee gibt es hier oben noch so was ja das sind noch so ein teil also sennys sind wie gesagt die währung hier im spiel und mit denen können wir uns updates kaufen oder teile halt im allgemeinen ich guck mal noch was in dem karton drin ist obwohl ich glaube da ist nichts nicht schlecht gab es ja noch so ein teil ja da das ist das ein staubsauger sicherlich ja ihr wundert euch ich bin jetzt gerade alleine aber dem christin ging es dem ging es wirklich nicht so gut aber wir denken dass das nicht am spiel liegt sondern vielleicht hat er einfach einen schlechten tag gehabt also werden jetzt die nächsten episoden mit mir alleine sein reden wir mal mit der frau weil die hat uns ja das quest gegeben ich bekomme etwas was kriege ich ja blablabla wir bekommen jetzt also das auto das dort draußen vor der stadt steht und da gehen wir direkt mal hin weil da roll abhängt aber wir haben immer noch keine teile für unser schiff bekommen glaube ich tja müssten ja dann bald unsere karte kriegen wir sind nach wie vor megaman ja natürlich ist das ein nicer name aber ihr müsstet ja eigentlich auch mal von mir gehört haben das ist ja die legenden sind ja unumstritten in der 8000er popkultur angekommen wir gehen jetzt zu dem auto wo roll steht ja 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 ich war nur schon mal in der stadt drinnen ich habe dir zwar nicht zugehört aber nein ich werde mich anstrengen zu arbeiten damit ich werde dir helfen und vielleicht für dich wenn ich wieder zu gehen kann ja ja special weapons also wir haben den normalen Buster und natürlich noch eine special weapon die man aus megaman schon kennt da gibt es einige hier im spiel unter anderem auch ein z blade oder z blade aber so weit ist es noch nicht okay ja So, as a precaution, we're evacuating the civilians and locking the gates. Aber wir dürfen rein, wir dürfen koffeln. Amps, I hope you'll be okay. I'll go look for him. You wait here. Okay, Mega Man. Be careful. Na, dann gucken wir selber. Hatten wir jetzt, ich weiß gar nicht, was hatten wir jetzt für ein Item gekriegt? Broken Cleaner. Ja. Sit-U-Sins-Card. Special Weapon. Ah, okay. Ja, haben wir das jetzt? Ich verstehe, dass es mir nügt, oder nicht? Hm. 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 Müssten wir dann mit Y bedienen können, aber das brauchen wir gerade nicht. Weil wir ja auf dem Weg in die Stadt sind. Oh, ein kleiner Hund, der freut sich. Können wir den streicheln? Na. Okay, was habe ich auch anderes erwartet? Hm, lassen die uns da durch? Kann ich mich hier... Secret Meeting. Ziemlich secret. Hm. Okay. Okay, mach ich. Wunderbar geklappt. Ja, komm, jetzt geht doch bitte einfach von der Tür weg, damit ich da durch kann. Ja, das ging einfach. Okay. Wo sind wir hin? Keine Ahnung. Ab in die Stadt. Das ist Tron. Und sie ist, äh, wenn man, wenn ihr euch das Intro genau angeguckt habt, ist das, äh, entweder Sie ist eine Handlangerin oder sie ist Teil dieses, dieses Bösewichts-Clans-Grüppchen, was auch immer. Und diese kleinen, ähm, was ist mit der Name? Ne, Surfbots. Die heißen Surfbots. Für Serving dienen. Mit diesem kleinen Lego-Roboter. Ja, auf jeden Fall. Hm. Wir haben ja schon rausgekriegt, dass man in Mülleimern gut rumwühlen kann. Also werden wir das mal tun. Das hier sieht aus wie im Briefkasten. Na, den guck ich mir trotzdem mal. Ja, brauche ich nicht, weil die Stadt wird ja eh bald evakuiert oder ist schon im Gange. Ich hab dem nicht richtig zugehört, entschuldig's bitte. Ist das ein Bleimer? Das sieht aus wie ein Bleimer. Hm. Aber ich kann nichts mitmachen. Na gut. Da muss man aufpassen, dass man nicht angefahren wird. Hm. Ja. Was ist da drinnen? Mann, 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 Mann. Habe ich gerade aus Versehen die Karte ausgestellt? Kann das sein? Nein. Äh. 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 Komm da rein rum. Ne. Okay. Mann, Mann, Mann. Na, wir laufen erstmal außen die Runde rum und gucken, ob wir da irgendwas finden. Das ist ein Getränkeautomat. Damit können wir Energie wiederherstellen. Brauchen wir aber immer. Hätte ich's mal nicht gesagt. Dann machen wir das mal eben. Ich weiß gerade gar nicht, was so eine Flasche kostet. Wir müssten ja... Wie viel haben wir denn? Oh, wir haben 7.280 Sinnys. Ja, klar. Und wir sind wohlauf und fühlen uns erfrischt. Hier sind wir... Sind wir hier reingekommen? Ne, das ist der Ostausgang. Wir sind vom Süden gekommen. Äh. Ja, aber hier muss es doch noch irgendwas geben. Haben wir den schon? Ah. Ein Motor. Sehr gut. Äh. Wo waren wir jetzt noch nicht? Ich guck mal eben nach. Ich glaube, ich habe die Karte hier aus Versehen ausgestellt. Nee. Es ist auf on. Es ist auf on, aber... Na ja. Wo waren wir gerade? Wir waren gerade am Ost-Tor. Das ist das Nord-Tor. Das ist das West-Tor. Da haben wir schon alles angeguckt. Hier muss da noch irgendwo was sein. Den haben wir gerade angeguckt. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Dann haben wir den wahrscheinlich schon durchsucht. Und dann weiter. Waren wir hier schon? Nein. Da ist einer. Jawoll. Ich glaube, somit hätten wir alles bekommen. Wo sollten wir hin? Wir sollten, glaube ich, in die City Hall. Die ist also im Norden. Hier ist Osten. Das Süden ist hier hinten Norden. Gucken wir mal. Von der Evakuierung kriege ich aber im Moment noch nicht so viel mit. Das wird das Rathaus sein. Wir sprechen mal den Polizisten hier an. Ich bin verfickter Kampfroboter. Ich höre auf niemanden. Na gut. Dann gehen wir mal direkt zum Rathaus. Ich hätte jetzt erwartet, dass er irgendwie sagt. Ja. Die sind gar nicht im Rathaus. Die sind da. Ah. Was ist hier? Noch mal Mülleimis. Kann ich hier einfach so reingehen? Ja, ich habe doch aber Business hier. Okay. Und ich muss es nicht mal selbst machen. Das Spiel nimmt mir eine Menge ab. Hey, Megaman! Du musst mich aufhören, eh? Grüß dich. Hier. Lass mich dich an den Präsidenten dieser Isle. Amelia. Hallo. Frau Amelia. Bürgermeisterin. Ja. Ich bin ein alter Freund von Professor Barron. Ich habe seit einem Zeitpunkt gearbeitet, während ich in der Schule war. Ha, ha, ha! Es ist ein kleines Welt, nicht wahr? Ich sage dir die Wahrheit. Wir haben die Wahrheit, dass es einige Piloten geht hierher. Ich frage mich dem Professor, ob er eine Idee hat, was sie sind. Ich werde auf jeden Fall, dass sie das legendärische Schäuhe auf dieser Isle gebeten. Es gibt viele historische Schäuhe, aber niemand weiß genau, was sie ist. Ich dachte, vielleicht kannst du etwas wissen, Professor. Ich habe seit einem Zeitpunkt gearbeitet, aber ich konnte nichts wissen, über diese Schäuhe der Isle, außer legends und mythen. Schau, Mega-Man. Ich werde hier für einen Moment sprechen, mit Amelia. Also, warum kommst du zurück, und schau dir einen Augenblick auf die Ruhl? Sagst du sie nicht über mich, okay? Wie soll ich sein?